Der Verein ist aktiv in Leichtathletik, Fußball, Volleyball, Fechten, Boxen, Behindertensport, Gymnastik, Darts, Badminton und Capoeira. Geschichte 1899 wurde der FC Germania 1899 Mühlhausen gegründet. Der FC Germania war Gründungsmitglied des DFB und ist neben dem SC Erfurt 1895 einer der ältesten Fußballvereine Thüringens. 1918 fusionierte Germania mit Teutonia 1901 zum SV 1899. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Verein aufgelöst und zunächst nicht wieder gegründet. Neue Vereine wurden gegründet und 1972 entstand durch eine Fusion aus der BSG Post der BSG Motor die BSG Union Mühlhausen. 1989 spielte die Mannschaft in der Staffel B der DDR-Liga. Nach der Wende benannte man sich um in SV Union Mühlhausen um. 1994 fusionierte die Union mit Fitness 90 bis zum SV 1899 Mühlhausen. 1997 gliederte sich die Fußballabteilung aus dem Gesamtverein unter dem Namen FC Union Mühlhausen aus. Der SV 1899 spielt noch immer aktiv Fußball, allerdings in unteren Ligen. Derzeit spielt der Verein in der zweittiefsten Spielklasse des Thüringer Fußballverbandes der 2. Kreisklasse und Struth Heinich. www.kap.bring.de